Herzlich willkommen zur ultimativen Kaufberatung für alle, die auf der Suche nach der perfekten Gewichtsweste sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Eigenschaften, die dein Gerät haben muss, um dir das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können. Du hast verstanden, dass die Passform und der Komfort der Gewichtsweste nicht zu vernachlässigen sind. Aber lass uns tiefer gehen. Eine Weste, die zu eng ist, kann nicht nur deine Bewegungen einschränken, sondern auch zu schmerzhaften Reibungen führen. Im Gegensatz dazu könnte eine zu lockere Weste die Gewichtsverteilung beeinträchtigen. Achte darauf, dass die Weste eng genug sitzt, um eine zweite Haut zu sein, aber nicht so eng, dass sie unangenehme Druckstellen verursacht. Die verstellbare Gewichtsbelastung ist entscheidend, aber wie kannst du sicherstellen, dass du hier keine Fehler machst? Denke daran, dass deine Trainingsziele sich im Laufe der Zeit ändern können. Was heute die richtige Belastung ist, könnte in ein paar Wochen zu leicht sein. Suche nach einer Weste, die es dir ermöglicht, das Gewicht individuell anzupassen. Das erlaubt dir nicht nur eine stetige Steigerung, sondern auch die Anpassung an verschiedene Übungen und Trainingsphasen. Atmungsaktivität ist mehr als nur ein nettes Extra. Eine unzureichende Belüftung kann dein Training in eine Tortur verwandeln. Wie vermeidest du diese Falle? Achte darauf, dass die Gewichtsweste mit atmungsaktiven Materialien ausgestattet ist und über strategisch platzierte Belüftungszonen verfügt. Das sorgt nicht nur für einen kühlen Kopf, sondern auch dafür, dass du BI-intensiven Workouts nicht ins Schwitzen gerätst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Strapazierfähigkeit und das Material sind die Grundpfeiler einer langanhaltenden Beziehung zwischen dir und deiner Gewichtsweste. Du möchtest nicht, dass sie dich im Stich lässt, wenn du sie am meisten brauchst. Wie gehst du sicher, dass du hier keine Kompromisse eingehst? Achte auf hochwertige Materialien, verstärkte Nähte und eine robuste Verarbeitung. Deine Weste sollte nicht nur dein Training überstehen, sondern dich auch durch viele Workouts begleiten können. Ergonomisches Design ist mehr als nur ein Buzzword. Du möchtest keine Weste, die dich in deinen Bewegungen einschränkt oder unangenehme Druckpunkte verursacht. Wie umgehst du diese Gefahren? Suche nach einer Gewichtsweste, die speziell für Bewegungsfreiheit und Effizienz entwickelt wurde. Denke daran, du trainierst nicht nur mit der Weste, sondern in ihr, also sollte sie sich nahtlos in deine Bewegungen integrieren. Nun, da du über die fünf wichtigsten Eigenschaften einer Gewichtsweste informiert bist, hast du die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Westen verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir BI der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst.